Hallo Nation, großes Talent kommt bei Borussia Dortmund an, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, auf der Suche nach neuen Talenten auf dem Angriffsflügel ist der BVB offenbar in Spanien fündig geworden, wie das Portal Todo Fichayes mitteilte. Dortmund hat ein Auge auf Diego López aus Valencia geworfen. Der 21-jährige Spanier hat beim Traditionsverein einen Vertrag bis 2026 und feierte in dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft. Mit seinen überzeugenden Leistungen in dieser Saison hat López Berichten zufolge das Interesse mehrerer europäischer Vereine geweckt, Dortmund ist angeblich einer dieser Vereine. Der BVB soll die Entwicklung des jungen Flügelspielers genau beobachten, wie in Spanien üblich, gibt es auch im Vertrag. Von López eine Kündigungsklausel Dem Bericht zufolge sind es 100 Millionen Euro. Aus finanziellen Gründen wären die Fledermäuse wahrscheinlich gezwungen, ihr Talent für viel weniger Geld aufzugeben. Es ist nicht bekannt, wie viel Dortmund bereit wäre zu zahlen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.